Chloe, das erkennt man dann ganz augenscheinlich. Es ist eher verspielt, es ist leicht, es ist luftig. Und Herr Lagerfeld, das sagt auch das Label Chloe selber, hat eigentlich die wahre Identität von Chloe so richtig zum Leuchten und zum Vorscheinen gebracht. Die Zeit, in der Herr Lagerfeld für Chloe arbeitete, ist auch eine sehr bewegte Zeit des letzten Jahrhunderts. Es gibt Studentenunruhen, sexuelle Revolutionen, die Zeit ist einfach sehr bewegt. Und Herr Lagerfeld reagiert auf diese Umbrüche, was man in der ganzen Ausstellung sehen kann, dass Herr Lagerfeld ein großes Gespür hat für das, was Frauen von der Mode sich erträumen. Vielleicht wissen Sie das noch gar nicht so genau, das formt sich erst in der Gesellschaft. Aber das, was sie sich erwünschen, erträumen, Mode hat ja was mit Traum zu tun, mit einer Vision, wie möchte ich mich fühlen, wenn ich mich kleide, das setzt er sehr schön um. Chloe ist also das etwas romantischere Label sozusagen. Sehr witzig und sehr gut ankamen auch seine Entwürfe aus den 80er Jahren, die diese Duschköpfe oder Wasserhähne auf den Kleidern zeigten. Und auffällig ist vielleicht auch ein Kleid, was eine Violine vorne auf dem Brustteil hat. Man kennt ja dieses wunderbare Foto, Form der Violine, Form der Frau. Und das zitiert er so geschickt, dass der Frauenkörper mit der Violine geradezu im Gleichklang ist.